was geht ab liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren fetten Folge von Assassin's Creed Odyssey so das Dorf scheint wohl angegriffen zu worden sein angegriffen zu worden sein genau das Dorf hat angegriffen und schauen wir mal was da los ist und danke für den support der letzten Folge und jetzt würde ich sagen let's go wer macht unser ruhiges Leben zunächst okay das ist ein Baum in Flammen sieht jetzt nicht so schlimm aus wenn ein Baum in Flammen ist Ach du Scheiße was jetzt hallo hallo ah ja oh shit da war noch alexios willkommen zu hause und das du bist teil des ordens er ist der augen amourges ich habe dir vertraut wir geholfen mein freund es ist viel zu lange her wir waren bewahrer amourges helden des volkes das ist unrecht es ist notwendig mir macht dies keine freude ich musste dich einfangen alexios hinter dir bin ich her hinter dir und deiner blutlinie du rührst sie nicht an alexios lauf erstmal tötet sich noch ein paar von denen ein bisschen frust abwerfen ja als ob du mich kratzen könntest so du hund sie ja fertig ja da ist jemand geklettert ich hab den gesehen schnell hoch wehe da ist was passiert dann töten wir alle wehe da ist was passiert wir töten einfach alle schnell bringt elpidios weg wir gehen zusammen nein ich sorge dafür dass euch der ordn nicht einholt es sind zu viele du musst das nicht tun wir haben dafür jetzt keine zeit denkt an euer kind gerade so ein bisschen aggressions level bei mir ja versprochen versprochen na als ob ihr was machen könntet lauf ne 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 nix gemeinsam ich freu mich weiter mit gemein lamm ich freu mich weiter mit gemein lamm komm her 14 Ich hab doch geblockt. Genau. Läuft schon da aus. So, jetzt stecken wir mal alles hier unter Feuer. Ah doch, ich muss hier runter. Geh runter. Ruckelechsen am Start, man kennt. Renn doch. Dann kann man hier drinnen nicht rennen. Nee, kann man nicht. Bin schon da. Was ist los? Wir gehen hoch, oder? Man weiß es noch nicht. Ui, sieben Minuten erst, sonst ist ja das Dorf in Flammen. Ich hab schon zwei Fights gehabt. Okay. Ach du Scheiße. Oh shit. Jetzt kann die Party beginnen. Ja klar, der Fall. Guck mal her. Du willst mit feinem Bogen machen, kann ich auch. Der Unsterb... Die Unsterblichen. Das werden wir heute mal auf die Probe stellen. Okay, kann ich auch. Kann ich nicht. Den hier machen. Warte, kriegst du noch mal einen Spatialer Trink. Den brauchst du noch. Den wolltest du doch. Komm hier. Äh, 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 äh. Ja, okay. Der ist Harpnäckers. Der war gut, glaub ich. Sehr mutig auf jeden Fall. Okay. Der war gut. Die hat auch gekostet. Das ist ja gut mit euren Pfeilen. Ach, jetzt kommen sie zu zweit sogar noch. Okay. Alter, was denn los hier? Oh, oh. Ja, keine Sorge, wir rechnen auch ihn für dich. Gut, dafür. Ja, ja, ja. Nein, 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 nein. Er ist jetzt fertig. Jetzt bist du da. Geile! Okay. Okay. Bam! Mein Gott, was ist das für ein Fight hier! Ah! Ah! Huh! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Ach du Scheiße, mach doch keinen Scheiß jetzt. Nein, 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 nein. Wellma! Ich bin hier. Bitte. Bitte, bitte. Ich bin hier. Bitte. Bitte, lasch mich nicht zurück. Öffne deine Augen. Bitte, wach auf. Bitte! das gebracher oh shit, das muss man erst mal verdauen hui, da setzt er sich schon zur ruhe, will ein normales leben leben und dann kommt das und dann kommt das ja, nehmen wir das auf uns dieses leben wir sollten für unsere vergangenheit zahlen, für unsere fehler, aber nicht unsere keine Spur von Elpidius, aber er lebt noch, Darius, ich weiß es, wenn der Orden ihn hat, können wir ihn finden ich glaube, der ist raus du hast schon mal geliebte Menschen verloren, wie wie, wie hast du das überlebt wer sagt, dass ich überlebt habe oh shit sie grazen der Orden glaubt, er kennt Schmerz ich belehre sie eines besseren sie glauben, sie wissen, was Kummer bedeutet ich werde es ihnen zeigen oh ja oh ja und dann gibt es auch die Schnauze also richtig scheiße man ich hatte aber keine Wahl, ich musste ihm helfen das ganze Dorfsteam, was gedamaged destroyed Alexios Biden Goethe stood mir light das ist das Werk des Ordens die Waffen, die sie mitbrachten, würden selbst Ares beeindrucken es gibt nur einen Ort in der griechischen Welt, an dem so etwas hergestellt wird Messenien sie kamen unseretwegen, meinetwegen wenn der Ordner Messenien ist, dann gehe ich dorthin Ubisoft präsentiert das Vermischnis der ersten Klingel Blutlinie der Angriff auf Dima ok, liebe Leute da müssen wir was zu tun haben und ich würde sagen dann war es das und wir sehen uns dann in der nächsten Folge vielen vielen Dank auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen ich hoffe es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und falls ihr noch gerne Abo deiner Zeit lasst gerne ein kostenloses Abo da und aktiviert die Glocke wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet bis dahin haut rein bis dahin 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 Bis zum nächsten Mal.